Höhle der Löwen-Juror Ralf Dümmel Ich bereue keinen einzigen Deal. Der Neuling in der Startup-Show die Höhle der Löwen hat alle Rekorde gebrochen. Kein Investor hat jemals so viele Deals gemacht wie der Chef von DS-Produkte. Im Interview verrät Mr. Regal sein Erfolgsgeheimnis. Der goldene Käfiggang führt in einen fensterlosen, abgedunkelten Raum. Ganz vorne steht ein Drehsessel, dahinter die lebensgroßen Fotos der Jurorren aus der Höhle der Löwen. Links und rechts decken hohe Regale randvoll mit Produkten, Schminklampen, Kopfhörermützen, Bügelhilfen, Gemüsechips. An all diesen Startup-E-S hat sich Ralf Dümmel mit seiner Firma DS-Produkte beteiligt. Im Hamburger Showroom hat er das Szenario der Fox-Show nachbauen lassen. Schließlich ist Dümmel der ungekrönte König der Löwen. Sage und schreibe 23 von 76 Startup-E-S, die pitchen dürften, hat er einen Deal angeboten. Die dritte Staffel der Höhle der Löwen, die am Dienstagabend zu Ende ging, hat auch sonst alle Rekorde gebrochen. Bis zu drei, vier Millionen Zuschauer waren pro Folge dabei, das Echo in den sozialen Medien war groß. Es dümmelt wieder, hieß es bei Twitter, wenn der 49-jährige Hamburger bei einem Startup zugeschlagen hatte. Herr Dümmel, von allen fünf Löwen haben Sie mit Abstand die meisten Deals gemacht. Haben Sie sich als Neulöwe in der Startup-Show womöglich von naiver Begeisterung leiten lassen? Definitiv nicht. Für mich ist die Sache ja nicht neu, bis auf die Fernsehkameras. Ich habe 28 Jahre Erfahrung und Millionen Pitches hinter mir. Unser Unternehmen DS-Produkte hat in 40 Jahren rund 100.000 Produkte auf den Markt gebracht. Jedes Jahr sind es 300 neue. Abzuschätzen, ob Innovatives für den Massenmarkt taugt, das ist mein täglich Brot. Welche Summe haben Sie als Löwe investiert? Insgesamt knapp 3,1 Millionen Euro habe ich in die Geschäftsideen gesteckt. Das ist meines Wissens die höchste Summe, die jemals ein Investor in der Höhle der Löwe investiert hat. Von den 23 Deals, die ich als Löwe gemacht habe, bereue ich keinen einzigen. Welche Geschäftsideen haben Sie denn besonders beeindruckt? Hinter jedem Produkt stehen Erfinder. Alle Gründer habe ich auf ihre Art lieb gewonnen. Einige wie der Entwickler der Abflussfee oder die Erfinderin der Malzmarmelade Malzit haben lange Jahre für ihr Produkt gekämpft. So mancher hat Haus und Hof riskiert. Die Schwester des Pannenfächergründers etwa hat ihre gesamte Rente aufs Spiel gesetzt. Da gibt es herzzerreißende Geschichten. Es macht mich besonders glücklich, wenn ich Leuten helfen kann, deren Idee oder gar Existenz sonst vor dem Finanziellen ausgestanden hätte. Ein Wohltätigkeitsverein sind Sie aber nicht. Das war kein Spendemarathon. Ich investiere nicht aus Mitleid, sondern nur dort, wo ich mein Geld vermehren kann. Sie sind ein knallhart rechnender Geschäftsmann, sonst wäre die Firma DS-Produkte über die Jahre nicht so erfolgreich gewesen. Wie viel Profit versprechen Sie sich von den Deals? Es ist viel zu früh, um das abzuschätzen. Aber etliche Beteiligungen haben sich schon nach wenigen Wochen für uns gelohnt. Auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber ist stark gestiegen seit der Sendung. Vorher kannte uns ja kaum einer, obwohl jeder Haushalt etwas von DS-Produkte zu Hause hat. Welche Löwenprodukte verkaufen sich denn besonders gut? Heute schon gelohnt haben sich der Bügel-Clou, die Abflussfee, die Antikaris-Pastillen-Pentasense und das Fitness-Handtuch-Tarual Plus. Von der Abflussfee wurden in weniger als zwei Monaten schon eine halbe Million Stück für je 9,99 Euro verkauft. Dazu kommen noch die Ersatzsteine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017